servus und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten folge und heute habe ich das mikrofon ein bisschen anders hingestellt vielleicht hört man mich auch ein bisschen deutlicher oder auch nicht zumindest ist für mich gerade angenehmer und letztes mal haben wir einige sachen gefunden aber zuerst bevor ich die sachen mitnehmen brauche ich hier noch ein paar rohstoffe ab wie zum beispiel hier die kohle so und das eisen da hinten also ich bin da schon einiges jetzt mit damit ich mir unten dann ja zumindest ein paar sachen machen kann wie zum beispiel eine richtige rüstung also eine richtige eisen rüstung und so weiter und bevor wir dann hier den schacht runterfallen hätte ich gesagt machen wir noch die anderen sachen schnell fertig wie zum beispiel der farm aus einer weizen farben oder was da noch alles gibt auf jeden fall wir sind ja noch nicht ganz oben weil wir müssen noch weiter rauf deswegen haben letztes mal doch nicht die challenge geschafft die müssen wir schaffen und ich bin darauf gekommen dass den schädler vergessen hat sagt hier wird das mal schnell in der aufnahme oh mein gott schädler besser habe echt angst da runter zu gehen und da sind schon wieder diamanten packt mein leben nicht so tschüss tschüss ok so jemand nämlich das mit zuerst noch ein bisschen hier ausläuft ne ich habe nämlich echt angst um ein leben und darum müssen skelette alter na was geht ab was geht ab hier ja dann können wir gleich eigentlich runter gehen ich glaube das ist sogar besser dann lief ich mal die ganzen sachen ab die ich jetzt im inventar habe also zehn diamanten sind schon recht viel eigentlich meiner meinung nach überhaupt hier bis so ein alt mit schweizer wahl bedingen weil ich meine ich auch nicht so dass die die wurden ja platziert sage ich mal so gut und heute ja heute ist mal so eine etwas längere aufnahme selbst das heißt ich werde verfolgen am stück sehen mein handy habe ich auch noch mal liegen ich habe zwar keinen timer gestellt aber zumindest kann ich auch die uhr schauen damit ich so ungefähr schauen kann wie lange die folge schon geht so gut dann hätte ich gesagt gehen wir zurück und jetzt machen wir folgen dass ich das war der zettel ich habe gedacht das unter gefällt so wir müssen ja noch ein etwas größeres ausbauen und was sie müssen wir doch machen wir müssen baby animals züchten goldene schuhe wir haben ja voll und ich habe gesagt es war ein bisschen blöd dass wir hier wisst ihr was das ist dann quasi so eine lounge und ich brauche mir so ein etwas größeres haus dann hin nächste folge jetzt werde ich noch ein paar sachen machen eisen gold lassen wir braten habe ich dann habe ich recht wenig ich mache jetzt trotzdem mal rufen so rufen sagt da kommt dann das restliche eisen rein und warum ich die und planks nutzer ist ganz einfach weil kohle ist ja hier eigentlich eine realität ist es nicht aber es ist zumindest mangelware und ich meine ich kann mit der holzkohle herstellen aber habe ich auch ehrlich gesagt keine lust solange ich richtige kohle besitze und deswegen habe ich mir gedacht ja benutze ich einfach mal die kohle für fackeln und so wolle eine schuhe erledigt das heißt stift nehmen sagt und sagt gibt es noch was wir brauchen noch eine music disc ich glaube die gab es oben sogar wir müssen uns eine portion brauchen also brauchen so ein alchemie stand ich bin ja gerade drauf gekommen dass ich auf dem sessel auch noch nicht doch mal ein rollstuhl würde ich glaube sagen da machen wir uns mal eine eisenrüstung das wollte ich ja eigentlich machen zack kopf fuß verdammt so so schön nächste sache geschafft ich habe mir das einfach gleich alles ab sehr schön um das ganze also kurz noch so vor sich hin das gebe ich wieder rein jemanden habe ich jetzt drin und ich habe gesagt es wird der zettel und da wir noch damit bis jetzt das zwei drei ins namen bis jetzt erst besucht sollten wir mal schauen dass wir das auch erledigen das wäre irgendwie recht gut wisst ihr was ich jetzt mal mache ich mache mir mal ja ziemlich viel wundplex stacks weil ich meine wir haben es ja und ich will mich einfach mal nur rauf bauen schaut zwar richtig scheiße aus aber ich will jetzt nicht die breppen rauf gehen und so ja zack 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 ich hoffe ihr seht genug ich weiß gerade nicht aber ich bin gerade zu faul linksbums zu platzieren da oben ist eine insel da oben ist eine insel wisst ihr was gibt es da noch inseln ne da oben ist die eine insel ich baue mich jetzt noch rauf einfach so einfach weil ich die materialien habe und so faul bin den baum rauf zu gehen da hinten ist auch noch eine insel da sollte ich vielleicht dort rüber schauen ich meine wir müssen ja hier nicht irgendwie einen preis für ja aber für schönheitsbau wettbewerb linksbums gewinnen da oben ist ein zombie ich wollte eigentlich rüber ok dann gehen wir da lang so das heißt wir kommen in den inseln immer näher wie gesagt ich möchte heute mal ein paar challenges schaffen weil letzten mal haben wir halt so ein bisschen ja baum rum gebaut haben uns ein paar rohstoffe geholt und so weiter aber jetzt geht das ja ab zack zack und zack aua so oh das sind eh schon blätter so gut sind sie gleich da oder auch nicht da ist die insel und da sind wir ungefähr genau da da hinten war noch nirgendwo eine insel aber ich muss mich grad ein bisschen auf rechts hocken wegen meinem rücken ehrlich leute schaut das wegen eurem rücken das ist nichts da nichts zum spaßen nichts ja passt auf euren rücken auf ich meine ich sehe es bei meiner mona was die für rückenschmerzen da hat und das will ich ehrlich gesagt nicht haben das stelle ich mir ziemlich scheiße vor ja hätte ich gehe heißen dass man das irgendwie verbinden muss mit einem anderen insel und ist auch scheiß egal wie ich dort hinkomme hauptsächlich bin dort oh scheiß auf die haaren oh 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 perfekt aber sind wir gleich da das ist eh schon gekommen erst einmal wird die kuh runterfallen gibt es irgendwas da gibt es ja schon wieder so ein teil ich habe echt Angst dass da irgendwo wieder Labe ist aber das ist nein fuck das wollte ich nicht oh shit oh hat es mich echt gerissen nur weil gerade Dings runtergefallen ist fuck alter die wollen mich ja noch umbringen kann ich da aus dispenser was rausnehmen lololololol her auf damit AHHHH OH SHIT auch mal Numbers alter ich hörst du ja wir wollen mich umbringen da verpisst dich druckplatten hat mich hat sich gehalten dass man die nicht abbauen darf wenn doch ist mir scheißegal auf jeden fall die panne nehme ich mit ich meine wenn die schon da sind und ich brauche ehrlich gesagt das brauche ich nicht dass euch auch nicht weil ich glaube dass das dürfte reichen da geht es drauf so vierte insel haben wir damit auch besucht da hinten ist ein baumhaus da will ich hin und das ist auch noch menschen so gut ich habe echt schießleute deswegen bin ich auch gerade so ein etwas leiser ich konzentriere mich da immer so ein bisschen weil ich habe echt angst runter zu fallen man diese scheiß liane so was futtern so gut dann jetzt nicht zur nächsten insel vielleicht sollte ich doch zum baum und da ist eine oase takka 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 das heißt da kriegen wir wasser ja und dagegen auch zucker ja weil wir ganz lustig sind warten wir einfach mal auf zucker bis das ganze gewachsen ist und wir machen uns bücher dazu bräuchten wir auch für shit für bücher regale natürlich hatte ok da ist auch nicht geschalt aber da aber vielleicht gesagt zum baum zurück und da mal wieder rauf klettern weil ich weil ich will ehrlich gesagt wenn ich den treffe bin ich ein king das geht nicht gut aus alter das ist nicht lustig hör auf hannes so ja komm creeper komm her hallo aber ich wollte mich umbringern nein oh shit wie viel glück ich schon hatte diesen scheiß alte mit rüse war wir projekt scheiß die wand an ich hätte schon 10.000 runter fallen können oh shit oh shit oh shit ich will weg ich will hier weg das ist nicht gut das ist echt nicht gut hier weg hier oh shit oh shit hallo ich will da drüber ich will da drüber lass mich da drüber ok oh da kann man gar nicht drauf oder doch hi ich will rüber und nicht drauf man fuck oh da ist ein creeper das ist nicht gut ich will da rein ok dann wirst du noch fahren hui oo nix o o gu wie ich hier in den Baum reinkommen soll. AAAAAAAA! Fuck! Oh shit! Alter! Oh shit! Oh Gott! Oh Gott! Oh shit! Oh Mann, ich schwitze! Oh Gott, ich bin drinnen! Also, Alter! Inhalte! Alter! Huuu! So, an der Stelle beende ich die Folge und wir danken fürs Zuschauen. Haut rein Leute, ciao!